Hallo, ich heiße Christian und sitze für die Piraten im Raterstadt Dortmund und finde, dass der ticketlose ÖPNV eine wunderbare Sache ist. Er ist sozial ausgeglichen, weil letztendlich alle für den ÖPNV aufkommen. Ich erhoffe mir von der Veranstaltung, dass wir dort Konzepte entwickeln, wie das Ganze dann auch vor Ort zunächst einmal umzusetzen ist, vielleicht erst einmal so im kleinen Kreis und so, dass man das dann hinterher vielleicht etwas größer aufziehen kann. Da könnte man sicherlich ein paar Schritte festlegen und sehen, wie man da auch die Verkehrsbetriebe mit ins Boot holt, wenn die sich das vielleicht noch nicht so richtig vorstellen können. Ich glaube, das kann schon sehr gut funktionieren auf dieser Veranstaltung. Ich hoffe das jedenfalls und freue mich drauf.